Was ist das? Was ist das? Ich glaube, man muss gar nicht mehr gross drücken. Es wurde schon abgestimmt. Aber ich hätte Freude, wenn Sans Zunig einen Preis kriegte. Oder auch Adrian Stern. Der war früher mein Gitarist. Ich möchte es auch sehr gönnen. Eigentlich fast allen. Also niemand darunter, der jetzt sagen würde, das finde ich nicht so gut, wenn das bekommen würde. Dann würde ich es nicht so öffentlich sagen. Frage mich nach ein paar Bier. Okay, ist gut. Also in diesem Fall Afterparty, frage dich nochmal. Ist gut? Okay, in diesem Fall schöner noch. Dir auch, merci. Ciao.